Sobald ein Mann 60, 65 Jahre alt wird, lebt er länger als er produziert. Und er kostet der Gesellschaft viel Geld. Es ist besser für die menschliche Maschine, abrupt anzuhalten, als sich nach und nach abzusprechen. Euthanasie wird eine gesetzlich zu regelnde Sache in unseren zukünftigen Gesellschaften sein. In Frankreich wurde das Thema Euthanasie, das meint Sterbehilfe, während einer sechsmonatigen öffentlichen Debatte behandelt. Laut der französischen Psychoanalytikerin und freien Autorin Veronique Hervet wird Euthanasie als ein humanitärer Akt propagiert. Eine brüderliche Hilfe zum Sterben. Dahinter würden jedoch ideologische, interessengetriebene Vereinigungen stecken, die dem Humanismus völlig entgegensetzt sind. Jacques Attali, Mitglied der Bilderberggruppe und einflussreicher Berater französischer Staatschefs, sagte bereits 1981. Sobald ein Mann 60, 65 Jahre alt wird, lebt er länger als er produziert. Und er kostet der Gesellschaft viel Geld. Es ist besser für die menschliche Maschine, abrupt anzuhalten, als sich nach und nach abzusprechen. Euthanasie wird eine gesetzlich zu regelnde Sache in unseren zukünftigen Gesellschaften sein. Mit anderen Worten, Sterbehilfe als gute Tat verkauft, ist ein Täuschungsmanöver, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhalten. In Wirklichkeit dient sie einzig dazu, Menschenleben zu verkürzen, wenn sie unnötig teuer und unrentabel geworden sind. Weshalb sollen Deutsche noch länger arbeiten? Der Internationale Währungsfonds IWF bekräftigte im Mai 2018 erneut seine Forderung, die Lebensarbeitszeit der Deutschen zum Wohle deutscher Unternehmen zu verlängern. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters würde die langfristige Finanzierung der gesetzlichen Renten sicherstellen. Während man in Spanien und Griechenland nur 35 Jahre arbeitet, muss man in der BRD 45 Jahre lang gearbeitet haben, um keine Abzüge bei der Rente hinnehmen zu müssen. Auch beim Rentenniveau ist die Situation nicht besser. Deutsche Rentner können künftig im Schnitt nur 48 Prozent des derzeitigen durchschnittlichen Nettoeinkommens erwarten. Spanische Rentner hingegen haben 76 Prozent und die Griechen sogar 110 Prozent des letzten Einkommens zu erwarten. Spanien und Griechenland zählen aber zu den höher verschuldeten Ländern in der Europäischen Union. Sie müssen immer wieder mit EU-Geldern, die größtenteils deutschen Steuerquellen entspringen, unterstützt werden. Angesichts dieses europäischen Vergleichs ist die Forderung des IWF schon bedenklich. Man könnte glauben, der IWF wolle die Deutschen ruinieren. Deutschland. Starke Volkswirtschaft. Arme Rentner. Schon seit Wochen geistert das Thema Rentenreform durch die deutsche Medienwelt. Doch geht es dabei nicht etwa um die deutsche Rentenpolitik. Nein, vielmehr wird wieder einmal versucht, Russland an den Pranger zu stellen. So war zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung vom 15. Juni 2018 in Bezug auf die russische Sozialpolitik davon die Rede, Russland würde das eigene Volk überfallen. Doch mit dem Finger auf Putins Russland zu zeigen und stets Negatives zu suchen, könnte das nicht auch ein geeignetes Mittel sein, um von der Misere im eigenen Land abzulenken? Genauer, von der Misere der deutschen Rentner? Doch zuerst ein kurzer Blick auf die Situation in Russland und seine unpopuläre Rentenreform. Aufgrund der längeren Lebenserwartung der Russen, die in der Ära Putin tatsächlich merklich gewachsen ist, soll erstmals seit 80 Jahren das Renteneintrittsalter angehoben werden. Bis 2034 soll das Renteneintrittsalter für Frauen schrittweise von 55 auf 63 Jahre steigen und für Männer von 60 auf 65 Jahre. Machen wir uns bewusst, in Deutschland liegt das Renteneintrittsalter ab dem Jahrgang 1964 bei mittlerweile 67 Jahren, sowohl für Männer als auch für die Frauen. Und die Rente mit 69 und sogar 70 Jahren wird schon eifrig von Politik und Wirtschaft diskutiert und gefordert. Dies im Hinblick auf die längere Lebenserwartung. Doch auch hinsichtlich der Rentenhöhe lohnt sich ein genaueres Hinschauen. Hier rangiert Deutschland tatsächlich weit hinten im internationalen Vergleich. Man mag es kaum glauben. Und dies, obwohl Deutschland in Relation zur Einwohnerzahl die stärkste Volkswirtschaft der Welt hat. So war Deutschland im Jahr 2017 erneut Exportweltmeister. Wie Berechnungen des Münchner IFO-Instituts ergaben. Mit umgerechnet 287 Milliarden Dollar war der Überschuss in der Leistungsbilanz mehr als doppelt so groß ausgefallen wie von China, welches ohne Abzug von Import am meisten exportiert. Beim arbeitenden Volk oder gar bei den Rentnern kommt von diesem vermeintlichen Reichtum jedoch beschämend wenig an. Erhält doch der deutsche Arbeitnehmer am Ende eine geradezu lächerliche Altersrente. Während ein italienischer Durchschnittsrentner 2.409 Euro Rente im Monat erhält, bekommt ein deutscher Durchschnittsrentner nur 812 Euro Rente. In Italien ist damit die Durchschnittsrente dreimal so hoch wie in Deutschland. Und selbst die hochverschuldeten Griechen erhalten mehr Rente. Die unbequemen Fragen, die eine Reinigungskraft zum Thema Altersarmut in der ZDF-Sendung Klartext Frau Merkel vom 14.09.2017 an Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet hatte, kamen also nicht von ungefähr. Nach über 40 Jahren Arbeitszeit wird ihre Rente von 654 Euro zwar zu viel zum Sterben, aber definitiv zu wenig zum Leben sein. Eines ist klar. Hinsichtlich einer gerechten, menschenwürdigen Steuer- und Rentenpolitik besteht in Deutschland dringend Handlungsbedarf. Wäre da, anstatt mit dem Finger auf Russland zu zeigen, nicht vielmehr das gründliche Fegen vor der eigenen Tür angesagt? Zum Abschluss ein Zitat der erwähnten Reinigungskraft. Es ist ein Unding, dass in einem der reichsten Länder der Welt die Rentner so behandelt werden, dass sie, wenn sie tatsächlich in Rente gehen, nichts mehr tun können, außer zu Hause zu sitzen, sich nichts mehr leisten können. Wir können an überhaupt nichts mehr teilnehmen und 40 Jahre hart arbeiten und dafür 650 Euro zu kriegen. Armes Deutschland! Armes Deutschland! Untertitelung des ZDF, 2020